Am Morgen, am Viertel ab 7 Uhr, sind wir mit lauter Musik geweckt worden. Nachher, am halben 8 Uhr, mussten wir morgensport machen und haben die Dirigenten gemacht, also das Spiel. Und ansonsten sind wir dann morgens essen. Dann sind wir gesport machen. Eine der heutigen Lektionen war Baseball. Zuerst haben wir den Aufbau des Spiels angeschaut, dann haben wir etwas geübt und zum Schluss haben wir auch noch Baseball gespielt. Eine weitere Lektion war der Bargur. Wir haben den Wallspin, den Wallflip und andere Tricks geübt. Und nachher haben wir noch einen Hinderlislauf absoliert mit Zeit. Eine Lektion ging um Frisbee und dort haben wir verschiedene Methoden zum Frisbee werfen erlernt. Und am Schluss haben wir noch ein Frisbee-Game gespielt. Wir haben noch Lichtathletik gemacht und haben dort Linienfangs gemacht und sind runtergerannt. Nachher sind wir gleich zum Mittagessen und dort hat das Hörnchen mit Kacken gegeben. Das war mega fein. Nachher sind wir wieder hoch in die Turnhalle und haben wieder Sport gemacht und die weiteren zwei Lektionen. Am Schluss sind alle noch kurz zu tauschen. Nach dem tauschen, am 6.00 Uhr sind die meisten Buben ans Handy. Und die meisten Mädchen haben nochmals fleissig den Flesch mal gebürt. Und dann haben wir zu Nacht gegessen. Nach dem zu Nachtessen haben wir noch Freizeit gehabt. In der Freizeit haben wir Ping-Pong und Fussball gespielt. In der Freizeit gehabt haben wir noch ein Rieskassi mit Bulli-Echsen. Nachher haben wir noch ein Abisunterhaltiges gegessen und noch einen Donut. Das ist ein Abisunterhaltiges gegessen. Untertitelung des ZDF, 2020